Willkommen zurück Leute bei einer neuen Folge Trials Evolution in der Gold Edition und wir haben in der letzten Folge noch den Limbo Trials ausprobiert und ja am Ende des Videos sieht man wie ich ihn geschafft habe, es hat ewig gedauert, es war schwerer als gedacht weil eigentlich kam er mir ziemlich leicht vor, aber hinterher bei diesen Zahnrädern war es doch ein bisschen heavy Ja und ich habe jetzt gerade gesehen, wir haben Hafenchaos übersprungen, da kümmern wir uns natürlich jetzt drum, in der aktuellen Folge Ich mach mal den Mauszeiger hier weg, so, ja im Dunkeln, immer wieder schön Oh, 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 ja das war schon ein super Start Oh nein, boah, das war auch wieder sehr, sehr knapp Okidoki Wow, ah, Kopf reinziehen Nein, oh nö, nö, das war doch knapp, oh Mega fies Oh nein Das war Nicht gut aufgekommen Ja, das sieht doch ganz nett aus Hier rüber noch Ah, ne, hier komm ich niemals hoch Cheat Okay Noch eine fiese Stelle Die packen wir aber noch Ja, schön mit dem Hinterrad aufgekommen Das ist immer super unangenehm So, hier mit Schmackes Hier mit Schmackes Und hier, das geht alles Nein, 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 nein Ah, doch, okay, hier war das erste Ja, 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 ja Nein, fall doch nach vorne Schade Da sind einige fiese Stellen bei Wow Aber ich glaube Das geht einigermaßen Das Aufkommen ist immer ein bisschen schwierig Nö, nein Ja, 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 ja Nein, scheiße Scheiße Fällt er doch nach vorne Ein Hamburger weniger Dann hätt's geklampt Jawoll Sauber Abgesprungen Oh, oh Aber jetzt Das war gut Alles klar Alles klar Alles klar Jawoll Wo ist denn Ende? Oh nein Da ist das Ziel Boah, ich versuche das jetzt direkt auf Gold zu spielen Ich weiß ja nicht, wie Okay Ich weiß ja nicht, wie schnell ich dafür sein muss Aber ich glaube, dass ich das ganz ordentlich mache Man muss nur fest genug dran glauben Dann wird's das Komm, Junge Glaub an dich Mist, ey Mit dem Hinterrad Die Stelle ist echt schwierig Aber Ich habe schon Schwierigeres gehabt Ich glaube, das kann ich Mit Fug und Recht behaupten Oh, nicht mit dem Hinterrad aufkommen Ja, das war zu langsam Schon am Start Ein Fehler gemacht So, Entschuldigung Frosch im Hals Sehr unangenehm Okay, hier müssen wir ein bisschen langsamer machen Mit Schwung Weiter mit Schwung Nö, da müssen wir kurz mal zurück Jetzt aber Jawohl Und Direkt Gold, oder? Beim ersten Mal Komm Tu mir den gefallen Da kommt irgendein Schiff an Yes Gold Irgendwas muss eigentlich passieren, weil Nö, die lassen ihn mal in Ruhe Im eisthalten, was da liegt Ja, ich bin begeistert Es klappt Wieder eine Goldmedaille geholt Kraftwerk Jo Wir haben ja eh keine Wahl Wir müssen das machen Oh je Wieder ein bisschen dunkel Ach, da geht's nach unten Okay Super Start Ja Gib alles Genau Game over So, jetzt mal Ganz cool da Nein Warum hab ich jetzt einen Schlenker gemacht? Wie ist es denn zu passen? Boah Oh Ja, hallo Komm Die scheiß Treppe hoch Du blödes Ah Ja Jo, danke Jo Tod Tod Er hängt Nein, er fällt Gucken wir mal, wo er landet Glück gehabt Okay Okay, hier Aufpassen Und da mit Schmackes rüber Jawohl Da auch mit Schmackes rüber Aber nicht zu viel Schmackes Hu 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 Achtung, Achtung, Achtung Ja, ja, ja Noch nicht hochfahren Alter Alter, du blöde Sau Okay War okay War okay Hallo? Was war denn das? Warum Crash? Oh, ich seh schon Die Strecke ist nix Diese Strecke ist nix Nix, nix, nix Für mich Verhungert Ja, super Scheiße Scheiße Oh, das war Okay Das war okay Komm schon Der passt noch Ja, der passt noch Ey Crash Also bitte Das war aber doch Kein Crash Ja Das ist super Man kann auch oben lang Habe ich so das Gefühl Aber darf man da lang? Hm Oh, das war's schon Und tschüss Yeah Oh, Gold Oh Schmerzhaft Ja, Goldmedaille Wunderbar Und die A-Lizenzprüfung Freigeschaltet Ha 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 Machen wir jetzt Die A-Lizenzprüfung Ah, komm Wir machen erst einmal noch Naturfreak Mal reingucken In die Strecke Es läuft Ich hab'n Lauf Okay Peng Peng, peng, peng Alles klar Boah Boah, noch Geschafft Wuhu Ja Nein Oh Wollte grad sagen Flieg jetzt bloß nicht hin Nein Alles klar Alles klar Alles klar Alles klar Scheiße Ein Versuch noch Dann kommt die Lizenz Hallo Ne, das zählt nicht Da muss man Langsamer machen Wie unfair Das hält einen So auf Ja Drüber Und Scheiße Oh Mann Nein, 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 nein Bitte nicht rüberfallen Ja, danke Das war super Okay Scheiß drauf Wir machen jetzt einmal Die Lizenz So schwer ist der Level Glaube ich nicht Das kriegt man hin Aber wenn wir die Lizenz haben Kriegen wir vielleicht schon Ein neues Motorrad Und zwar dieses hier Was aber Langsamer ist Dafür aber schneller Beschleunigt Und wendiger ist Und was Niveau bedeutet Weiß ich nicht Wo Was da Ausschlag geben muss Marin gucken Okay Ja Ich weiß wie das geht So Manche Sprünge sind zu hoch Um nur Mittels Geschwindigkeit Bewältigt zu werden Beschleunige Und führe Auf der Rampe Mit Links rechts Ein Bunnyhop Aus Um den Sprung zu bewältigen Wie das hier Ist das euer Bunnyhop Okay Im Sprung Ja Ja Hochgekommen bin ich schon Super Boah der macht ja immer Ein Wheelie Achso soll ich das auch machen Okay Ja Das war nix Ja bitte Nicht immer von vorne So hast du gesehen Der schwierigste Bunnyhop wird bergauf Ausgeführt Führe ein Bunnyhop Aus Setze mit dem Hinterreifen Zuerst auf Und drücke RT Gleichmäßig Um weiter Bergauf zu fahren Oh nein Das war's nicht Alles klar Oh nein Oh nein Solche Stellen dürfen Dürfen nicht kommen Oh nein Jetzt hab ich von vorne angefangen Nee Nicht im Ernst Ah beinah Ja jetzt bremst er mich eh wieder aus Okay Ha Der geht ja noch Aber Nein Alter Schwede Das ist Ah Nein Komm jetzt Bitte Nee Nein Nein Ah ich komm immer mit dem Mit dem Hinter Oh Moment Da kommt man doch nicht hoch Willst du mich verarschen Jawohl Weiß ich nicht wie ich das hinbekommen habe Fahr mit deinem Wheelie auf Die Plattform zu Setze mit dem Hinterreifen Zuerst auf Und verwende den linken Stick Um dich nach oben zu schieben Sobald der Hinterreifen den Boden berührt Kann RT den Anstieg unterstützen Ja Das war jetzt nicht so schwer fand ich Sprungfolgen erfordern ein korrektes Aufsetzen für den nächsten Sprung Du musst das Motorrad in der Luft ausrichten um eher auf den auf dem Hinterreifen aufzusetzen Verwende nach oben Verwende nach oben Wie nach oben Achso Die meinen das Okay Um zu stoppen und dann Durchzustarten Nee Scheiße Du Arschloch Die Kante Und rin mit ihm Jawohl Geschafft Ja Feuer 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 Feuerwerk sogar noch Schön Und wo landest du Im Dreck Einfach Schäbig Im Dreck Ja Die A-Lizenz haben wir bekommen Wunderbar Die Folge war auch okay Ein paar Goldmedaillen Die A-Lizenz Was will man mehr Wieder was freigeschaltet Äh Geschaltet An vorderster Front Da kümmern wir uns aber nicht drum Wir machen hier noch weiter In der nächsten Folge Ich bedanke mich fürs Zusehen Bis dahin Rinnjohauen Und auf Wiedersehen